okay aber wir haben wir haben es geschafft ja das wäre schön geworden wenn er dann oben an der körper reinigt hatte. hat er gesagt ich habe mundgeruch? ich habe mundgeruch? ach ist egal hab ich schon lange nicht mehr gemacht. so jetzt sind wir alle zusammen alle vier zusammen ich bleib mal wieder hier hinten und das war nämlich ganz nice Was war das denn? Ach komm! Oh, recht stylisch! Ich hab mal in einem Toga vor meinem Haus geschlafen. Wurde dann von einem gepatischen Müllmann getreten. Schau dich mal! Irgendwie, ich glaub der Controller hat irgendwie einen leichten... ...Wackelkontakt und sowas. Weil ich glaube, da drückt immer L1 zwischendurch, so ganz bisschen. Oder das Spiel denkt, ich wär aus der Bowl raus. Das kann auch sein. Tatütata. Hey, Technik-Fuzzi, blend mal die Tabelle ein. Auf den ersten Plätzen hat sich nichts verändert. Yay! Ist jetzt rum? Müsste eigentlich, ne? Da standen zwei Runden. Ahaha, gratuliere! Wenn ich dir helfen soll, das Geld auszugeben, sag Bescheid! Ja, ja, ja. Yay! Und den nächsten Meilenstein erreicht. Hey, zieh dir das rein! Ich hab grade mit meinem Makler geredet, Jedder Barbina. Und wir haben ein brandneues Hauptquartier im Industriegebiet. Sieh's dir mal an! Bau einfach, was du willst, und dann sag mir, wie cool es ist. Okay? Okay. Team Headquarter freigeschaltet. Greife über den Reiter Locations in der Challenge-Karte auf diesen Traum jedes Traini-Skaters zu. Word-Terrain für Skatepark freigeschaltet. Reda hat's echt ernst gemeint. Wahnsinn, oder? Hier haben wir alles, was wir brauchen. Ich bin echt kein... kein Word-Fan. Ich weiß auch nicht. Ich bin eher so... Also ich mag Skreed... Skreed! Skreed mag ich irgendwie viel... viel lieber. Das ist viel abwechslungsreicher irgendwie. Schön, dich zu sehen! So. Shreddathon. Okay, äh... Jo. Wie eben. Wie gehabt. Hallo und willkommen zum Port Carverton Shredderton. Das erste Event der Street Series steigt hier am University Hill. Die erste Runde ist eine Solo-Runde. Also macht euch mit dem Parcours vertraut. Street von vorne bis hinten. Aber nicht in der Bowl. Ich hab da einen stinkenden Penner gesehen. Ein paar kaputte Flaschen. Ziemlich uncool also. Schön, dass wir eben das schon gemacht haben. Ich hab da keinen stinkenden Penner und keine kaputten Flaschen gesehen. Der Contest beginnt! Los! Eure letzte Chance, alles zu zeigen! Ja, ich wusste, der Song kommt früher oder später! Mit Respekt für Daryl, dass er den Track aufgelegt hat! Gar nicht schlecht! Gar nicht schlecht! Gar nicht schlecht! Ich bin zu langsam! Oh, der war nice! Die Teilnehmer hab ich hören können! Und nochmal! Guck! Daryl, die außen aus! Und nochmal! Nice! Guck! 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 Das hätte auch schöner sein können. Ich bin wenigstens mal da oben dran, aber ich bin zu lahm dafür. Time! Aber wir haben es geschafft, ne? Ich hab da gar nicht drauf geguckt, wie fitter wir jetzt sind. Ja! Sehr gut, du liegst in Führung! Hör auf, weiter! Weiter so! Alles klar, Runde 2! Lass die Hunde los! Ich meine, die anderen Teilnehmer! Okay, ähm, ich... Wir fahren einfach genau die gleiche... Line wieder, würde ich sagen. Weil die war eigentlich ganz nett. Fliff die Worts, es geht los! Die letzte Runde hast du gewonnen! Aber dieses Mal... Ah! Okay, ein Kickflip ist das echt leichter, Trick. Aber wir sollten dabei keinen Kugelbauer machen. Hier! 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 Und jetzt! Ja! Lass nochmal mal ab! Ochch, Maaaahn! Schön, dass der Moderator oder wieder der Ansager vielleicht heißt – Sollte der nicht eigentlich neutral sein? voll verkrüppelt so lange der andere typ nicht erster eben war außerdem macht die tuse auch meine tuse macht auch irgendwie mal faxen also als ob ich auf dem digitalen steuerkreuz rum tippen würde schön haben wir doch noch geschafft ok dann können wir uns jetzt als belohnung können wir jetzt das foto machen oh schön hip hop okay slide über die hip ich denke mal das ist halt dieses rote ding was wir da sehen das leid sind sowieso mehr viel cooler das war schon mal nicht ich weiß welches ich nehmen würde aber du hast es noch mal wir wollen doch killen wir kriegen das hin da war er da war er naja sah ein bisschen komisch aus und sehr langsam aber das aufkommen sah geil aus nimm mal den fast man sieht doch überhaupt nicht mein gesicht schön dann sind wir hier unten fertig und dann würde ich sagen tun wir uns jetzt mal was soll das ist noch am speichern teleportieren ähm bin ich jetzt doof warum werden die denn nicht an achso abgeschlossen aha okay äh wo sind wir denn überhaupt okay da kann man auch immer sehen was wir damit gemacht haben aber man kann das ist blöd dass man nicht so wirklich sehen kann ob das jetzt ob wir das überhaupt killen konnte ja gut achso wir wollten ja nee wir fahren wir fahren dahin kommen vielleicht finden wir noch einen spot oder sowas mal gucken mal gucken ah ist ne KI das war nämlich auch so dass die dann einfach mal so online spieler rumgefahren sind glaub ich oder man hat mal unsere eigenen leute rumgefahren ach Gott komm lauf das ist eine sehr steile Straße und da sieht man auch schon da oben ein Symbol für Videoaufzeichnungen Tabli tab 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 hier war auf jeden Fall nix schade so hier um es geht auf jeden Fall noch einiges aber wir fahren zuerst mal zur Videokamera und dann gucken wir uns den Rest an hier ein Spot gefunden wir haben einen Spot gefunden wo ist er denn der hier warum wird das nicht angezeigt ich würde mich nochmal weg fahren und dann darauf zu fahren komisch dass ich den nicht auswählen kann dass ich den machen möchte ich muss jetzt ich muss mal grad gucken was hier mit der Musik los ist das ist die 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 Vielen Dank.